Ach, da fällt euch nichts mehr ein, oder? Ferienparadies. Listertalsperre. Aber hier ist wirklich noch nichts los. Kein Mensch am Wasser, nix, gar nix. Da wird es wahrscheinlich noch nicht so trickelnd sein. Wir haben so circa sieben Grad. Schatten. Da. Neue Parzellen gegründet. Ferienparadies. Blistertalsperre. Ja, da oben bin ich aus dem Baltikum. Da oben. Ja, ich fahre auf jeden Fall jetzt, sagt die Uhr, ein Viertel nach drei. Ich fahre auf jeden Fall noch um die Liste, wenn wir sehen, wie hinten an der Bege aussieht. Holz. Oh, die ersten Wobbitfahrer hier. Ja, da gibt noch irgendwie Gas, jawoll Junge!